Deswegen ist Verachtung als Muster aus meiner Sicht das Wichtigste, was man beobachten sollte, weil Verachtung führt, beziehungsweise ist schon das Ende einer Negativspirale, an dessen Anfang das Nicht-Beachten von Schiebetürmomenten steht. Lächeln ist die häufigste Maske. Wir lächeln aus drei Gründen. Der erste Grund ist, wenn wir uns wirklich freuen. Der zweite Grund ist, wenn wir höflich sind, einfach nur freundlich sind. Und der dritte Grund, wenn wir gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, so nach dem Motto, ein lächelndes Kind ist ein glückliches Kind. Das halte ich für fatal, weil die Botschaft darin ist, nur wenn ein Kind lächelt, wenn es Freude zeigt, ist es gut. Ist es gut. Ja, dann ist meine Tochter traurig. Natürlich habe ich den Impuls, dass es ihr wieder gut geht. Alle Emotionen sind in Ordnung. Und wenn ich dann sowas sage, pass auf, dass du dich ärgerst, ist völlig in Ordnung. Und ich möchte deine Ärger verstehen. Ich möchte deine Ärger sehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020